was geht wir sind immer noch in halo und emil ist letzte letzte stunde ja letzte stunde auch okay letzte folge leider gestorben er hat gut gekämpft und wurde eiskalt ausgemerzt er wollte gerade eine granate schmeißen oder der kommt hier nicht durch ja emil ist leider tot der wurde aufgespießt von einer wundervollen energieklinge schade hätte ja sein können und ja kies hat jetzt die ki also ich nehme an dass es cortana ist schnell wieder hier drunter gott ich glaube da haben wir mal leer ich wollte ihn auswählen ich war nicht gut genug ja emil ist leider verstorben er hat es nicht geschafft aber er hat noch ein von der allianz mitgenommen und jetzt dürfen wir das geschütz bemannen und das captain kies flüchten kann mit cortana nimm mal die mit nimm mal die mit oh shit jetpack wäre jetzt auch cool könnte ich da hoch fliegen geh mal da rein ok dann nehmen wir den sprint laufen 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 scheiße tritt er mir ins gesicht ok war verdient auch nee ich bin wieder hier ich glaube ich muss dem einfach gleich eine granate ins gesicht schmeißen und dann geht es oh shit ich bin tot oder auch nicht nochmal glück gehabt ja dann packen die als aber auch die granate aus unglaublich manchmal die kleinen gell das schlimmste sind die kleinen selbstmordattentäter natürlich läuft er weg oh shit das war mehr glück als verstand aber egal hat funktioniert och ne och ne och ne ich habe gar keinen bock drauf ich gehe wieder speicherst du nochmal ein spiel bitte komm schon speicher hier irgendwo ich bitte dich ich muss aber ich kann nicht da drüben rein oder kann ich da und dann da hoch kann ich hier rein und dann da hoch nein kann ich nicht das ist schade höre hören sie mich sparten werfen sie die waffe an da kommen mehrere schiffe auf uns zu ich bin dabei ja ich bin dabei gebe mir mühe scheiße der macht mich gleich weg die sind aber auch übel die jungs ach so das sind zwei das habe ich natürlich nicht gewusst ich renne einfach jetzt durch scheiß mal drauf hören sie mich sparten ja da kommen mehrere schiffe auf uns zu ich habe ja jetzt den sprint ich renne jetzt einfach durch da lang hier rum da hoch lauf oh gott das gibt nichts ich sehe schon das wird wieder ein bisschen schwieriger hören sie mich sparten werfen sie die waffe an da kommen mehrere schiffe auf uns zu ich gehe wieder hier war doch irgendwo leben oder oder nicht boah dass die aber auch jetzt da drin wieder so stacken müssen komm gib halt mal das ding komm schon komm schon okay das ganze magazin habe ich dem reingejagt so wo ist er der andere ich weiß doch dass du da bist da oben komm her und jetzt bin ich gleich tot nein ich will doch nicht sterben komm mal raus ach komm schon jetzt versteck dich nicht okay der ist schon mal weg das macht das ganze jetzt nicht unbedingt leichter weil da nämlich noch so einer ist bemannen sie das geschütz sonst wird die ordnung hier begraben ja ich bin dran der schlägt mich nur gleich übern haufen die sind die weg machen ist aber auch immer ein stress das ist unglaublich gib mal noch munition jetzt da hoch energieklinge gerne gerne gesehen die musik ist auch wieder da wunderbar die kreuzer gleich in position holt ihn runter ja komm schon was ein geiler kerl was ein geiler kerl was ein geiler f in die kommentare komm schieß jetzt kommt von da oben wieder einer komm schon nicht sterben nicht sterben ich bin schon wieder tot das sind jetzt aber auch wieder einige Moment ist noch ein leben irgendwo kreuzer gleich in position holen sie ihn runter ja lass den mal in position gehen hier ist kein leben hier ist kein leben ha ich habe ja auch kein leben oh man ok das ganze wird nicht besser so wie es aussieht ja das wird nicht besser das kann ich gleich noch mal starten ok also ich muss einfach rein hüpfen und direkt kreuzer gleich in position holen sie ihn runter da oben kommen sie jedes mal aber so weit kann ich nicht drehen oh ich muss voll durchladen da oben kommt schon wieder einer komm du mal her der massebeschleuniger packt die Schäden mit ruhig ruhig sag da Junge ich bin fast tot ich folge gerade Emils Beispiel oder George oder Carter oder Cat ich krieg nur aufs Maul gerade aber von da ja tschüss ne das ist schon wieder nicht so nicht so gut durchdacht das Ding braucht so lange zum nachladen oder zum schießen kreuzer gleich in position holen sie ihn runter das ist halt also da kannst du noch so gut im Moorhum sein da oben komme ich nicht hin ich will da hinschießen dürfen die machen so einen Schaden und die kleinen auch und für die einmal voll aufzuladen macht einfach überhaupt keinen Sinn macht einfach überhaupt keinen Sinn jetzt kommt der von oben und schießt mich wieder aufs scheiße ich weiß dann wie ich das machen soll ich weiß schon wie es theoretisch geht aber praktisch komme ich da halt schon mal nicht hin scheiße ich weiß halt nicht wie man das machen soll ohne getroffen zu werden hier gerade von den kleinen Banshees ja ich kann auch nicht zwei auf einmal treffen oder ich steig halt mal schnell aus schnell steig aus der Massebeschleuniger packt die Schilde nicht ruhig warten und lad mein Schild auf anders geht es nicht jetzt warten die halt schon ne hier warten einige und wieder raus lauf 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 hängt doch nicht fest jetzt hier vielleicht irgendwo leben komm schon irgendwo irgendwas so ein bisschen feiern Sie Lieutenant schalten Sie ihn aus Kollege Sie müssen jetzt feuern sparten noch eine Treffer überleben wir nicht oh ok sorry zielen Sie auf die Waffenöffnung ja ich bin quasi da bleib doch da nicht hängen ich war zu spät ne ja ich war zu spät sehe ich ein ist ok scheiße gleich in Position holen Sie ihn runter jetzt du da oben boah scheiße aber dann muss ich einfach kurz aussteigen wenn es hier zu bunt wird jetzt kommt nämlich der von da oben der ist richtig mies und die auch steig aus steig aus sonst gibt es nichts ach scheiße ne das ist wieder nicht geil also kreuzer gleich in Position holen Sie ihn runter dass ich so schlecht geschützt bin also es ist ein riesen Apparat und dann kriegst du von so einem kleinen Schiss da so viel Schaden kommt nämlich der wieder und ich kann ihn einfach nicht treffen komm schon steig aus steig aus jetzt bleibt nicht schon wieder an ihm hängen mein Gott ich glaube es wird nicht besser natürlich wird es nicht besser also das ist jetzt schon wieder so eine Sache ich weiß nicht wie ich das machen soll ich weiß einfach nicht wie es ist habe ich irgendwas anderes ja ich habe meine Nachtsicht okay aber das bringt halt leider nichts kann ich mich irgendwie ducken ne auch nicht ich kann nichts machen außer auf die Fresse kriegen hier das ist ein bisschen blöd ich kann auch nicht langsamer laden der Massebeschleuniger packt die Schilde nicht ruhig und tot okay das ist eine scheiß Mission also ich weiß nicht wie ich das machen soll ja geh doch kreuzer gleich in Position holen Sie ihn runter ich weiß wie man es abschützt wie man es abschießt danke aber ich krieg einfach zu viel Schaden der schießt mir zweimal rein bevor ich ihn überhaupt anvisieren kann das finde ich halt nicht gut Och jetzt zieh halt durch mein Gott wir machen so viel Schaden bis der Schild weg ist jetzt bin ich gleich schon wieder tot der Massebeschleuniger packt die Schilde nicht ruhig mein Gott jetzt hängt er schon wieder fest jedes Mal an den Scheiß Allianz Vieh komm nal ihn weg nee das gibt wieder nichts das ist eine scheiß Mission ganz ehrlich ich probiere jetzt mal was wenn ich den Schwierigkeitsgrad ändere kann ich das? kann ich das überhaupt? kann ich das? ich glaube ich kann das gar nicht wenn doch dann sehe ich es gerade nicht kann den aktuellen Schwierigkeitsgrad anzeigen ach nee ach nee ach nee also das ist jetzt echt einfach nur dämlich Kreuzer gleich in Position holen sie ihn runter ich kann ja gar nicht verhindern dass ich hier Schaden krieg das geht ja nicht vor allem auch von den kleinen Benchys ich meine ich kann versuchen die jetzt als erstes weg zu machen aber ich krieg da auf jeden Fall wieder Schaden jetzt kommt nämlich der von da oben der Massebeschleuniger packt die Schilder mich ruhig jetzt kommen wieder Benchys das ist schlecht oh nee es war so gut das ist jetzt das ist echt einfach kacke also ganz ehrlich Kreuzer gleich in Position holen sie ihn runter das hat jetzt auch nichts mit Skill zu tun seien wir mal ehrlich das ist einfach nur warten bis es durchgeladen ist und du kriegst halt auf die Fresse zwangsweise es geht nicht anders der Massebeschleuniger packt die Schilder mich ruhig warten den da oben muss ich gleich runter holen oh scheiße das war schlecht das war einfach nur schlecht jetzt geht das nämlich wieder los komm schon Schild lad dich auf komm schon sei jetzt nah genug dran ich hab das Ziel gewechselt das war blöd komm schon hab ich es geschafft oder bin ich jawoll ja alle Stationen startbereit machen das war Glück Skill war es nicht das war einfach nur ja war nicht so eine coole Mission ganz ehrlich aber okay jetzt komm ich mir fast ein bisschen schäbig vor dass ich den Schwierigkeitsrauten runter stellen wollte jetzt komm ich mir fast ein bisschen schäbig vor das war's für heute heute ein bisschen kürzer aber frustrationslevel ist sonst das mehr schaffe ich heute nicht ganz ehrlich ich danke trotzdem vielmals für das einschalten und wünsche euch noch einen wundervollen Tag und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Halo bis dahin ciao Leute ciao Leute ciao Leute Untertitelung des ZDF, 2020